Mittwoch. Professor Haditsch zum dritten Mal auf Corona-Reise um die Welt. Ich betrete jetzt das Hospital San Juan de Dios. Welche Strategien gegen Corona hatten Erfolg? Soll man Kinder impfen? Mein gesundes Kind ist bisher nicht verstorben. Corona – auf der Suche nach der Wahrheit. Mittwoch, 20.15 Uhr bei ServusTV. Untertitelung des ZDF, 2020 www.feyyaz.com www.feyyaz.tv 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 www.feyyaz.tv